Was ist denn dran? Irgendwo war da... Nee, ich bin mir da nicht sicher. Oh, ich werd... Ich wär unsichtbar. Achso. Ja, war ich. Hallo. Na ja, deine Mutter ist auch ein Problem. Du hast bei mir nix in der Hand gehabt, Dalo. Hallo. Hallo. Hallo, wer sitzt? Ja, du schießt auf mich. Oh, ich hab dich nicht gesehen. Ich hab einfach in die Luft geschossen. Du warst unsichtbar. Hey, da drin. Jack! Hey, wieso gehst du da nicht auf? Aber eigentlich... Ah, ey, hast du halt trotzdem, Leute. Ah, ey, ja. Oh, ey. Ah, ey, ja. Oh, 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 oh. Dadurch hat mich da beobachtet. Ja, ja. So geht das nicht weiter. Es geht weiter mit Freunde sein. Durch Dick und den Balloon-Zeit-Crew. Balloon-Zeit-Crew. Oh, ey, ey. Hallo. Mann. Ach, diese Bienen. Bram, kommst du wieder eigentlich? Bitte. Na diese fucking Bienen, Bram! Vielleicht Peter beworfen. Womit hast du ihn beworfen? Mit einer Abune. Aber der hat lange gebraucht, um das zu checken. Und dann habe ich ihn auch noch... Ja, das stimmt. Meine Klima ist zu laut. Mit einer Reaper-Gun habe ich ihn auch noch beschossen. Aber auch das habe ich verfehlt, ey. Oh, der arme James. Und das war nicht Bram. Das muss Jay gewinnen. Das ist Jay. Das ist doch Quatsch, wenn er da fragt. Das ist doch... Okay, Bram schießt auf mich. Ja, gucken wir mal. Ja, klar. Hey, Jay war Innocent. Peter! Oh, das war Sepp. Peter, lass mich noch fickt. Peter, weißt du, was ich gerne mit dir mal machen würde? Oh nein. Was würdest du gerne mit mir machen? Oh. Das finde ich gut. Ah, das ist super. Nein! Nein! Oh Gott. Was würdest du? Gib Fischer an den Kopf. Tut nicht! Du Ficker! Hör auf! Du hast auch ebenfalls, ey, du Fiesling. Ich bin auch nur bewaffnet. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin auch bewaffnet. Ich seh mich hier rein. Ich seh mich hier rein. Du gehst weiter. Du kannst auch Distanz durchschießen. Ich nicht. Okay, dann lass uns weitergehen. Alles gut. Ja, du darfst weiter. Du kleiner... Wer war du, ey? Geh doch, ey. Ne, ne. Ich geh jetzt auf. Mach mal hier nochmal aus. So. Peter ist da links um die Ecke. Wirst du wirklich gegangen? Da links um die Ecke? Ja. Ja. Du Arschloch! Ah, du Bitch! Kommst du jetzt! Wow, was war das denn? Dann warst du! Der Rechner ist heiß, Leute! Ach komm, ich truste dir jetzt einfach mal. Moment da, du... Hinter dir ist auch noch einer, ne? Was weißt du? Duck dich mal! Moment, hier hat sich doch grad wer durchgeportet. Komm da, du, du auch! Da kommt was! Da kommt einer! Oh mein Gott! Alle drauf! Drauf, tot! Acht und mehr, Tyra! Ich hab euch gewarnt. Wer ist der Tote, den du in der Hand hast? Das ist meine Fakeleiche. Das ist meine Fakeleiche. Okay. Moment, somit nicht so... Warum hast du die gelegt? Das ist deine Fakeleiche. Ja, die wollte ich nicht legen, deswegen hab ich sie hier hinten versteckt. Auch nice. Du Lager, sag da, du isst! Okay. War doch nicht meine Leiche. Na, du wärst mein Kollege. Das stimmt immer derselbe. Ja, das stimmt immer derselbe. Jo, mit der Shotgun oder was? Willst du mich verarschen? Der Spruch. Hä, was? Peter, wie bist du gestorben? Echt jetzt? Wer ist denn da gerade uns nicht mal in den Raum reingekommen? Und da, du ein! Da haben wir, Kinder. Ich beobachte euch. Ja, mein Freund. Viel Spaß mit Peter. Peter liegt im Pool und chillt. Der kommt dann nicht raus. Du machst Deadwinger! Oh, ein Fehler! Und da, du Sinter! Den hab ich gemacht. Wieso schießt du auf mich? Weil ich Zeitkick bin. Ah! Hat gerade zufällig jemand Lust auf Urin? Also, wenn du jetzt so direkt fragst. Ich wollt's nur anbieten, so, ne? Jeder aus dem Mittelstrahl würde ich nehmen. Aber er hat keine Waffe. Mann, ey! Das kann doch nicht sein! Und tschüss. Das hat noch perfekt geknappt, oder? Das war so geil. Hab ich nicht erschossen? Jay? Ja, Jay hast du noch erschossen und dann wurdest du überfahren. Und ich hab alles auf Kamera. Das war echt ziemlich geil. Wir sind wieder sicher. Okay, hast du Bram getötet. Jetzt sind wir jetzt wieder sicher. Jaja. Ich glaube nicht, dass wir Bram getötet haben. Oder du. Oh, der liegt vor mir. Warum lacht er dann so? Achso. Hä? Hast du nicht das Fass explodieren lassen, Christian? Nein! Warum soll ich das Fass schießen? Du bist... Peter! 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 Peter ist Traitor. Peter hat er den Boden weggemacht. Hat er den Boden weggemacht? Hat er den Boden weggemacht? Und der sagt danach, verdammt, obwohl du hätt... Das hätt auch jeder andere sein können, Peter. Das hätt nicht mal du sein müssen. Was hat der denn gemacht? Der hat den Traitorfalle aktiviert. Hat nicht geklappt, verdammt. Peter lass jetzt. Ja, schön da. Klappt bei mir nicht. Er hat die ganze Zeit gedrückt. Komm, komm drauf. Du bist glaube ich... Wuhu! Warte, wir machen das nochmal neu. Geil. Komm nochmal hoch. Dann komm ich da nicht hoch. Dann schützt mich jemand. Hier ist doch die leider... Ich beobachte das Auto. Achso. Guck mal, was Christianer macht. Bram. Nein, nein. Den stärksten direkt. Ja. Ja. Einfach alle beleidigen außer Bram. Ich hab ja auch gar nicht gewundert, warum das Schleim ist. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass nur Bram beleidigt. Guck mal, dadurch hab ich direkt alle beleidigt, aber auch vielleicht alle gelobt. Was? Oh, der ist weg. Ja, genau, Alter! Ja, genau, Alter! Ja! Verdient, Christian! Verdient! Verdient! Achso! 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 Oh, Leute! Schwick, den hab ich gerade beim Peder schon gemacht. Ja, wo denn? In der Nähe deiner Bärenfalle. Das ist nicht meine Bären. Natürlich! Du nügendertag, dass das deine ist und ich knall dich ab. Nein, das ist nicht meine. Okay. Okay, wer hat den jetzt abgeknallt? Dalu hat auf mich zuerst geschossen. Vielleicht. Also vielleicht auch nicht. Oh, hey, hey, Jungs, ne? Bleib mal ganz gechillt. Ja, ist ja witzlos. Ja, wir wollten denen eine Lokomotive schicken. Thomas ist voll blöd. Da kam aus ner Wand einfach ein Schaden auf mich zugefahren. Oh! Die war nicht immer für dich. Die war für Bram und ich wollte Bram wieder benehmen, weil ich ihn im Nahkampf gekillt hab. Ja, ich hab mich schon bewundert, weil wir hatten eigentlich... Warum ist das denn relevant, wo wir sind? Ja, echt mal, geht euch gar nix an, wo wir sind. Ja, weil einer von euch später ist. Ja, aber dann lass doch einfach die Zeit ablaufen. Es sind nur noch sieben Minuten. Ja, sieben Minuten noch. Plus Overtime. Mega gut. Oh, ich hab's überlebt. Aber nice. Da heißt einer von euch muss aber Jakar sein. Nein, er hat sich wieder erlebt. Ah, der kommt wieder. Es ist wie Eder, Peder, Peder! Ist das eigentlich Peder? Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Peder, müssen wir dann in unserem Raum. Wer ist Eder? Eder, Eder, Eder. Eder, Bram macht mich sofort. Wie, ich mach dich sofort? Ich bin an dir vorbeigelaufen. Also da ist Stress in dem Raum, Christian. Aggressiv. Weil meine Figur läuft immer gleich. Die kann nicht aggressiv drauf. Die hat richtig aggressiv geguckt. Richtig aggressiven Schritt hat er die drauf. Gern ins Team schreiben. Falls das geht. Er hat überlebt. Los, sprecht. Jeder wollte unsichtbar sein, war aber nicht. Ja, da war so ein grüner Punkt genau auf dem drauf. Oh mein Gott, der hat Bram wiederbelebt. Der lebt gerade Bram wieder. Wir müssen den suchen. Meinst du? Ja! Da ist er. Nein, ich bin im Menü von Fer. Wieder um. Ich wollte noch schneller kaufen. Oh Gott, der lebt noch. Nein. Der hat schon alle gekillt. Der hat ja den Sieg. Oh nein, das habe ich auch nicht geschnallt. Ja, ich bin Priester. Komm Feder, wir können unser Geschäft auch verbessern. Ich schieße einen an, dann braucht er Heilung. Und dann verkaufst du das mir nicht. Das ist eine gute Idee. Siehst du jemanden zum Anschießen? Warte. Dadurch kommt nochmal aufs Dach. Keine Sorge. Der Priester lebt noch. Warte, bei mich? Du meinst Stoff, Jay? Dadurch ist Jackal, hat irgendwen abgeschossen. Und warum ist er nicht Traitor Jay? Weil ich ihn getötet habe. Ja. Weil ich den Jackalschuss gesehen habe auf Christian. Oh Gott, oh Gott. Kommt er! Uh! Ich habe einen Traitor gekillt. Oh, der sind auch Curl. Sind gleich hier wiederbelebt. Den, 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 den. Da doch, ja. Wenn du geschossen hättest auf Dalu, dann hätt ich einen Traitor gehabt. Ja, dann kann ich den Held kassieren. Dann guckst du dir die Dose an. Ich habe die gerade aufgesammelt. Oh, da legt der wirklich eine Dose ab. Du hast mich daraus aufmerksam gemacht. Ja, aber das heißt nicht, dass du deinen Posten verlassen hast. Ja, das hättest du mir vorhersagen müssen. Oh, war das schon der Kopfgeldjäger Schuss? Da ist doch gerade eine Golden Eagle abgefeuert worden, ne? Dadurch kommt wieder auf die Peter. Hier. Der passt mich jetzt an. Oh, in der Weg! Oh, 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 oh! Da kommt eine Insta, Peter. Geh mal mehr. In der Luft habe ich es rammelt. Ja, war echt gut. Geschossen. Ne, die Kiste. Ich habe geschossen auf die Kiste hier. Hast du das ja nicht gefallen, Peter? Hätt ich Kiste genommen. Wir haben ja eigentlich den Abgrund. Peter, das ist doch immer wie ein Löffel, oder? Der Sniper. Nein, ich habe nicht mal eine Sniper, Alter. Ja, du hast auf mich geschossen. Dann lass sie... Alter, was ist das denn? Holy Shit! Ist jemand explodiert? Was ist denn da passiert, Alter? Hier ist jemand hochgesprungen und explodiert? Ich werde doch den Scheißdreck identifizieren. Das ist doch bestimmt eine Leiche oder so. Ja, Jay ist tot auf jeden Fall. Ist okay, Jay. Alter, ich habe mich zu Tode erschrocken. Ist Jay es? Nein! Weiß ich nicht. Kann ich nicht mehr... Nein! Nein, Scheiße! Was war das, Alter? Scheiße, meine Zeit ging auf. Wusstest du, dass ich das fast bin? Nein, ich wusste nicht, dass du das fast bist. Dann hätte ich keine Incendary geworfen. Ich dachte, du hättest da noch nicht viel Leben. Okay, ich weiß auch. Ich glaube, ich habe da eine gute Vorlage. Ey! Wahrscheinlich. Oh nein. Ich schieße nicht auf dich. Das war wirklich die schlechteste Runde ever. Warum? Warum bist du danach weggesneakt da? Du kriegst oben weg. Hast du nicht. Hast mich nicht gesehen. Ich war ein bisschen davon. Der Schuss war nicht so direkt geplant. Das war so random von mir irgendwie. Da habe ich wieder nicht nachgedacht. Dann dachte ich so. Ja, ich tue so, als wenn nichts passiert wäre. Wieder nicht nachgedacht. Okay. Okay, du hast getestet und es ist für scheiße. Slow Mo. Alle drehen sich zu mir. Warum? Ich habe nichts gemacht. Ich dachte, ich bin extra stehen geblieben. Ein bisschen schneller im Kreisrecht. Hä, wieso ist die Map denn angeblich so groß? So groß finde ich gedacht. Fuck you! Ist er da oben lang gestorben? Fehl hat sich selbst getötet, könnte man sagen. Was? Fuck. Du warst verantwortlich. Du warst das. Du warst das. Du bist doch der Böse. Du schieß doch. Hau doch ab. Ja, ich bin der Böse. Ist das schon richtig? Ah! Der war der Böse. Oh. Boah scheiße! Nein! Dalu! Nein! Das war Brannen! Das war Brannen! Brannen, hau doch auf! Oh ja, ja. Ich habe mal gehabt. Du hast gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Den ist schon in der letzten oder vorletzten Runde angefangen. Ja, aber warum steht denn Dadosch dann einfach dumm daneben? Ja, weil ich hab... Was weiß ich, weil Dadosch... Und erzählt dann auch noch, der kam von oben der Schuss. Ja, weil ich ihn vorher halt random gekillt hab. Das wollte ich ihn durchgehen lassen. Danke fürs Hinweisen, Dadosch. Ja, das ist super, wenn die Leute von dem eigenen Team zwei Mal nicht fürs eigene Team spielen. Ja, Dalu. Pass auf, hier. Wir machen die Scherate-Parte. Du bist ein Männer! Ich hoffe... Was macht ihr da? Das ist ja ein Scheiße. Peter, ich bin Innocent, bin aber Gambler. Du falsch... Ich komm wieder! Aber ich bin auch Innocent. Ich geb dir jetzt random damage und ich hoffe, du stirbst. Habe ich dich? Da, Dalu. One on one. Na. 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 Wow. Wow. Was war das denn? Womit hast du mich gekillt? War der Sniper. Ja. Weil ich glaub Dadosch... Die ganze Zeit... Fuck you! Der ist tot! Wie ist denn Dadosch? Jay, du Ficker! Das war Jay! Der hat mich random einfach von oben runter geballert. Ja, ich wollte... Das war meine Plattform. Nein, nicht bei den Fässern! Nicht bei denen! Oh Gott. Das sieht nicht gut aus. Hallo Family. Ihr seid immer schon so ein bisschen... Zack! Easy! Hat das fast Dadosch mich getötet? What? Easy Point! Easy Point! Gerechtigkeit auf Sieg, denn? Als ob gerade... Das... Was ist denn... Das... 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 Untertitelung des ZDF, 2020